Das ist schon wieder Geburtsrat und... Astroska! Täglich ein Land! Das klingt so ähnlich wie so ein Parteiprogramm, ne? Ja, ich schieb! Ich bin der Geiländer! Ey, meine Ataktangefunktion! Der kann nicht schießen, der Typ! Du musst gedrückt halten, du Spacko! Du hast ne Minigang! Ah, okay! Ganz wohl, der! Ja, ich dachte schon, ihr habt keine Patronen im Laufe, weißt du? Ich weiß gar nicht, was kann der Highlander als Special? Du musst das Ding da berühren! Ich spring da drauf! Was hat der Special? Du kannst dir die Haut vom Fleisch reißen! Haha! Dann bist du unverwundbar für kurze Zeit! Ach ja, stimmt, der ist der Terminator! Ne, ich bin Arnie, der Magerfatter! Oh, ich hab' die Kumpen weggeballert! Ich will auch mal nen anderen Charakter, ist halt so gemein! Nein! Du Arschkekse! Warte, warte! Du hast mich auf den Gewissen! Oh, jetzt hab' ich auf den falschen Charakter geguckt! Ah, ich steh' nochmal auf, das wusste ich nicht! Drück doch mal Kreistaste, Pierre, dann kannst du runter springen! Du bist ja tot! Ach, du bist tot! Ach, du bist tot! Was machst du denn, Pierre? Oh Gott! Drück die Kreistaste an! Ja, das war's! Warum hast du nicht die Kreistaste gedrückt? Hä, was ist die gedrückt? Weil ich doch kein Ding mehr hatte da oben! Ich hatte keinen Totenkopf mehr! Haha! Aber warum geht's nicht weiter? Ja, weil du immer noch am Leben gehst da! Du bist verbackt! Ich glaube ja! Also, bei mir bin ich ausgegraut! Bei mir steht, dass Sembo noch drei Leben hat! Ja, genau, bei mir bist du auch mitten im Bild! Echt? Und wir sind jetzt davon den Typen angeschossen! Oh nein! Scheiße! Ach, hier, level mal starten! Ja, komm! Äh, ich lieg da tot bei mir auf dem Fußboden! Wir sind hier zwei gegen einen, also erzähl' keinen Scheiß! Äh, ich hab' Videobeweis! Ja, ja, ja! Och toll, ich bin müsstest, ich kann nach unten schießen mit meinem Bein! Was? Ach, du! Ich hab' da ne Terror-Tante! So! Das war's mit Planet Terror! Die ist voll Kacke! Ich hab' den Film nie gesehen! Und werd' ich auch nicht! Echt nicht? Nein, weil das widerlich ist! Was ist widerlich? Das ist ein Appes Bein hat und damit schieß! Oh, ich hab' ich da besucht! Ich bin Mad Max! Bumerang! Ja, aber mit Bumerang ist weg! Oh nein! ja hat es einen siebten charakter quatsch warte warte nein ich wollte doch auch mal sein ja du bist so ein fixer der teamkiller warum tust du so was ja wichtig gibt mehr erfahrungspunkte noch mal ja aktuell ja ich habe gesagt du bist so schlimm dass du nicht mal mit den darf also sein allein wieso er könnte doch mitspielen hat das spiel nicht auf das war doch gerade das war doch gratis natürlich muss er das haben freund einladen so jetzt ist es fällig das war der einzige moment wie er wieder cool sein konnte und der vergangs ich glaube wir müssen nach oben oder ich habe hier gesehen was ist los mit uns haben über eine minute für ein level gebraucht das heißt über eine minute und dass wir gestorben sind ich habe ja so bock auf borderlands ja geil spielt auf kontrolle mit das ist wie das ist wie nein wir sind nicht im teamsweg wir sind über die playstation gerade im gemeinsamen chat und eigentlich war ich der feste überzeugend dass man die leute dann auch dann hört jetzt bin ich nur wegen pierre gestorben mal wieder ich bin nach hätte jetzt kann wir haben im nahkampf weggebuchst hat man das leben ja da unten auch vorsichtig weil das hat mich nämlich vorhin getötet und wenn ich jetzt ja ich habe verloren aber nur einmal gespielt aber auch dann gesucht wird online ich muss kurz warten update 2 wieso hast du das spiel denn nicht auf der stadt nicht auf seiner fälfte das ist alles gut alles in ordnung wenn ich jetzt wenn ich jetzt komplett spielen passiert ich weiß nicht das bin jetzt bin ich schon da kann noch weiter spielen springt da hoch weiter machen wir heute da muss ich die kamera schon wieder bewegen wo ich für die kamera so klein machen dass ich hier drin fing na ist ja gut aus ach guck mal der 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 dieser wollte auch mitspielen hat eine einladung kick ja habe ich schon längst ich bin doch keine katze was die kannst du hören ja ich bin doch ganz klar ich bin doch nicht ich bin doch nur was ich gerne nach ich bin doch nicht das läuft richtig das läuft richtig irgendwie keine kathen ich bin doch nicht mehr sonst ich bin doch nicht in dem wo hier ist eine scheiß atombombe echte das ist gerade mal eine kleine hallo schnell den turm ja ja aber der turm ist der dauer respawn punkt ich bin tot ok jetzt auch im spiel nach mir noch nicht ich versuche raufzukommen gibt dein bestes hier natürlich kaputt machen du musst die tür aufmachen bevor er durchschießen kann ja das ist ein amerikanisches spiel es ist nichts immer der atombombe hast du noch nie eko so dolphin gespielt was macht was machst du ja ich muss hier taktisch vorgehen ich komme da hoch am besten ohne die leute jetzt hat sich erledigt das war mein trick ach so ist das ärgerlich da man das natürlich jetzt über twitch nicht hört das war sein trick war das auch so gut dann hier hat auch fähigkeiten die hatte ich alle gar nicht wie macht er das ja das nicht weil ich sie groß noch nicht hat jetzt ist ja auch lächerlich dann geht es aus kannst du jetzt noch joinen oder das ist ja auch schon die beuge kniebeuge kniebeuge was ich muss noch irgendwas einstellen er kommt jetzt auch wieder mitspielen ich habe eine peitsche des todes ja klar Ja, das soll ich nicht mehr Oh, das ist sehr geil Jawohl, einmal nur da eben Oh, einmal? So Ich hab dir eine Einladung geschickt Das ist sehr nett von dir, wenn ich so rein geschickt Na, gut zu dir Ja, das muss ich auch schätzen Aber da steht er noch nicht Da stehen bisher nur 3 Warte noch bevor du den Level startest Ah, da ist er Jetzt ist er da Sehr gut Oh, hier Ah, da bin ich doch Wo muss ich hin? Mach dein Stream an da Ne, alter Doch, Digga, für deine NBA Community Mal was anderes, abwechseln Das wird dann Sonntag kommen, Leute Ich schwör's euch GK Die Discord App kommen, ganz ehrlich Du wirst auf jeden Fall Sonntag aufziehen, oder? Bei GTA Ja, also ich werde auf jeden Fall den GTA-Stream Ups Wollte schon Doch, vielleicht mal ne Reklamen Oh, aber wo bin ich denn mit? Indiana Bronze Mit der Feinschütze ist tot Oh nein! Was ist denn tot? Boah, ich Ey, John leckt gerade sofort Ich hinlässe Sollte Alter, das ist ja gar nicht so schön zu brechen Ich folge dir, Meister Ne, da warst du tot Ich glaub das ist, das ist dein Special Das ist so der Lacky-Made Nein, das sieht gerade voll so 8-Bit mäßig aus Ja, ich weiß, aber das sieht der Lacky-Made Voll gut Die, ich bin schon tot, alter Ja, du hast kein Leben, ein Vogel Ja, endlich bin ich wieder da Nein Dafür werd ich jetzt endlich los Ich will nicht schon wieder sterben Wieso bin ich tot? Nein, du bist nicht Scheiß Kamera, ey Ist das ein Witz mit dieser Scheiß-Dynamiten-Pose? Egal, die bin ich nicht Das ist MacGyver, du Vogel Hä? MacGyver, scheiß nicht die Eiwe Warte mal, hier unten ist so einer Hier unten ist so einer Ja, mach Ritte Ich hab Messer Warte, aber wir schauen uns zu überleben Warte, stehst du da? Ich Ah ja, ok Oh Gott Entschuldigung Ich kann's für nicht verknallt Nein Oh Gott Das war noch ein Plan von Daniel, oder? Auf der Ruhr Interassierender Aber nicht nett gewesen Und ich Holt euch mal alle GTA 5 für den PC, dann kann ich mitkommen Äh, nein, wir haben's schon für die Konsole Ja Ja, dann sag ich ihm, da soll ich eine Playstation holen, dann kann er nichts holen Genau, hol ich ihm eine Playstation Ist eh viel cooler Sonntag, 22 Uhr Da gibt's dann richtig Rambazamba Oh ja Hoffentlich noch mal endlich mit Ton Ich versteh das nicht Mit Glück mit 20 Leuten Mit Glück Oh mein Ein Ein Ey Ich kann's ja nicht Nun, das man sieht Welche Dreckhund töten mich denn immer? Oh 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 doch mein bummerang ist weg ich habe einen bummerang wieder ich bin der highlander sind wir alles nahe kämpfer einer ist ja doch einer schack nur das ist nahe kämpfer katze das macht ich denn dann ja aber ich habe mich gut geoffert er spielt wieder mit den legs des todes tastenkombination der verwirrung der selbstverwirrung selbst in 2009 von scheitbau weiter jungs wichtig bin die uns auch holen ja das ist jetzt so prächtig an es ist denn jetzt wieder raus ja aber sagten wir nicht dass das nur die us fassung draußen ist weil sie deutschland geschnitten ist oder beschränkt oder da fehlt was ja auch wenn ich glaube ich habe zwei leben das sind so zwei symbole bei mir kann das sein dann los nicht getötet werden ja läuft auch bei mir das blut ja das läuft wirklich ich kann wieder auf das macht ihr denn da kommt nach oben mal ich höre den bus schon ja dann kommt doch mal hier ich bin noch dabei man ich habe hier diesen lassen und gehen lassen und gehen so jetzt bin ich doch da das noch ein leben wer ist denn hallo babo komm rauf sprich nicht zu viel vom turm weg sonst kommen wir nicht mehr rauf richtig haben wir vor geschafft einmal hoch kommt wieder rein in den fahrstuhl reinlaufen ich dachte ich wäre noch ein fahrstuhl nein du bist die vier du musst auf pink achten du bist pinky genau ich wollte sagen ihr solltet nicht auf dem fahrstuhl stehen bleiben nein wie kann man denn so fast sagen du lebst noch irgendwie laufen weiter nach rechts wir können nicht wiederholen wieso bin ich denn vom seil da ja 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 ich habe ihn ja nicht gut ich klatsche einmal eben so rüber runter rüber oh shit ok auf ein bonus leben warum springt sie denn da in den tod ja weil ich nicht gewusst habe dass weiter dass darunter geht los jan mut zur lücke was der unterschied zwischen der alten und der neun fehlt also hat deutlich mehr power leistungsdruck du kannst da rein springen muss benutzen stelle ich darauf gemacht die nahkampftaste dreieck richtig weit springen ja mach satan platt ich glaube muss aussteigen jetzt ist der level gescheitert zum ersten mal reist da was er hat nur der neid jajajaja gerade was kinder ich steuere den heli nicht warum denn nicht ja was ist denn da los ja muss das sein natürlich kann man ja aber dann ist das kacke ist das kacke kacke oh oh der sneo sammelt doch einer das leben ein wir untertunneln kommt schon schnell spring an den turm oben trauen sich alle nicht das bin ich das ist meine fähigkeit der auferwälte der time cup zum teufel ab geilsten finde ich eigentlich diese stabile performance im spiel beide nach einer nein um zu hoch gegangen ich hab den letzten umgebracht die platze ist so krass du hast dann schon getötet oder ja satan in your heart und wie lange geht jetzt die session also ja keine ahnung also ich sag mal so ich hätte jetzt so bis zwei maximal halb drei gemacht james bond boxt euch jemand hat das loch gefunden ja ich hab vielleicht auch die probleme momentan ich bin so langsam ich wollte ich wollte ich deine handkistole ich bin tot gegen euch Ich hole dich retten und wer's macht Can, schieß mich kaputt, die Sau. Alles in Ordnung. Ja. Rechts hat dich ausgestiegen. Und du brauchst die Zevo auch noch wieder belöbten. Das gibt's nicht. Ich bin nervös gerne, was? 400 Zocken. Kann das sein? Deswegen ist er dabei. Oh nein, ey. Wir sind schon wieder tot. Wir haben gedacht, das ist ohne Pierre zu friedlich. Alter, welcher Justin Bieber war das denn? Oh ja, ist das blöd. Wie heißt der hier nochmal? Habt ihr gesehen, wie ich heldenhaft die Rakete mit meinem Gesicht gefangen hab, um euch zu retten? Ja. 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 Oh, verdammt. Äh, scheiße. Die für die Freifahrer war da auch. Und nein. Da ist doch gar kein Gegner drin. Doch, doch, doch. Echt? Oh, das ist grad. Das ist doch egal. Oh, gut. Jetzt bin ich alleine. das ist doch schön chillen. Ja, mach das nur. Das schaffte meist da kommen. Ja. Ja, schon wieder. Und? Es ist schon wieder Chann, ich glaub's nicht, oder? Oh, da bin ich schon wieder. Na komm schon, Rocky. Du bist hier Adrian. Was ist das denn, oder? Ja, das ist das Problem. Ich guck dann immer falsch. Und jetzt bin ich auch noch der Letzte. Es hat die letzte Hoffnung. Ja. Nicht so laut. Du hast das Extra-Leben getötet. Du hast das Extra-Leben getötet. Das ist ja von der Chur, ne? Ich glaub, das ist ein Tristan. Ja, ich hab auch das. Man tötet doch nicht das Extra-Leben. Ich hab den Roller gesehen. Das ist ein Roller. Das ist so einfach ein Einzelter Roller. Oh, ich hab den rein. Und ich bin schon wieder draufgegangen. Das ist aber zack. Irgendeiner steht da oben. John McLean? John McLean? Ich glaub ein Kumpel, der nimmt sich zu John McLean. Ja, aber du bist John McLean. Ja. Jetzt sind wir schon wieder... Ich hab den beiden die Atomen umgegangen gemacht. Ich hab den Botgegner nicht so gut, ey. Ich hab den Botgegner nicht so gut, ey. Ich hab den Botgegner, ey. Du bist auch so ein Öl, ey. Oh Gott! Oh, Mann! Ich hab den Blume rangegebracht. Ich hab den Blume angebracht. Ich hab den Blume. Ja, da okay. Komm, da hinten. Könnt ihr mich wieder retten? Oder mich? Ja, hoffentlich nicht. Und? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Es ist John McLean! hier leute keiner sagt was hier muss wiederum gesagt weil sich gemütet haben bevor alles runter kommt und deswegen sterbe ich bin tot jetzt habe ich wieder auf dem herz das nenne ich so ich mach doch nicht alles kaputt hier ich hänge oben fest Helft mir, der wohnt mir! Ich bin auf Wolverine! Ja, das war's! Der ist Satan! Uiuiuiui Ganz schnell! Aber ganz schnell! Ja, facken wir nicht lange! Genau, Games kannst ja von uns Leinentriff sein, das ist nicht das Problem! Haha, schön! 3,2,1 Go! Oh, fack! Oh, wie war ich? Ach, Mann, ist sogar für sein Geschwister. Nein, nein, nein! Oh, fack! Oh, fack! Pierre, ne? Pierre, links, 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 extra leben! Na, wer hat denn da? Das ist MacGyver! Super! Ich wollte in die Hose gehen! Ich wollte in die Hose gehen! Auf jeden Fall ist er... Oh, doch nicht, Chuck! Oh, Gott, ey! Ich wollte in die Hose gehen! Ich wollte in die Hose gehen! Ich wollte in die Hose gehen! Oh, da unten bin ich aber! Oh, da unten bin ich aber! Auf jeden Fall! Ich wollte in die Hose gehen! Ich wollte in die Hose gehen! Das war eine gute Idee. Ich habe da gerade eine Scheibe ballert. Oh mein ey. Oh cool, ich bin Phil Jill. Ich bin Sailor-Morning, bitte. Ich bin ab. Ich habe hier meinen Tod. Klick, 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 klick. Nicht schießen, John. Jetzt umdrehen und schießen. Schießen. Nicht, wenn du direkt davor bist. Ach ey. Genau, mach doch erstmal die Scheißkisten da weg. Oh gut. Meine Herren. Wie geht das jetzt? Ein Satz verpennt. Der Adrenalinschub in dem Moment ist deutlich höher als im Spiel selber. Der war Wokoff. Zack. Boah ey, der Scheiß Marion. Wollt ja, ich bin halt dabei. Das ist ja schon. Ach, das ist ja auch filtering. Wollt was, du? hallo das ist gerade sowas von scheiße unübersichtlich kreistaste oh mein gott ich konnte nichts machen die sind nach links gelaufen ich hab nichts mehr gesehen was passiert jetzt noch mal kreisbrücken das war zu spät nein er hat er wirklich gemacht und dann hat er noch einmal da schnell den turm berühren den turm den turm schnell schnell oder heute extra lachen Boah, fuck, ey, ich friff immer diese Scheißraketen! Nein, ey, Mann! Danke! Immer weiter und weiter. Schade. So eine Rotze, ey. Oh, sch... Alter, sch... Stealth Tank! Boah, ein Lemmon-Stefan-Ton, ey, das ist anders. Oh Gott, nein. Alter, oh, sch... Scheiße. Ist irgendjemand Mr. Tee? Keiner ist Mr. Tee, ja. Ich bin schon wieder Robo-Proff, alter. Baro-Proff. Boah, das gibt's doch nicht, ey. Oh, warte, bevor jetzt das Explosiv-Faster anschießt, ich will das, äh, wir sollten das umstoßen. Ja, so. Und dann hier, so. Jawoll! Oh, ich bin Mr. Tee, ich bin unsere beste Chance, lasst mich am Leben. Okay, wieso ist Mr. Tee die beste Chance? Mr. Tee macht im Nahkampf am meisten Schaden. Oh Gott. Nein! Das war's. Das war die Chance. Fuck. Untertunneln! Mhm. Also, nur nicht Can. Nein! Jaaa! Can, sofort hin mit der Kettensäge! Reif, ne? Komm, Can. Mach irgendwann. Was macht ihr, oder? Ihr müsst nach oben. Okay, so geht's auch. Arni rettet den Tag. Hat Can uns nicht gerettet? Ich dachte, Can war das jetzt. Ich war ja Terminator. Ja, aber Can war doch der mit der Kettensäge. Ja, und? Was für mich Kettensäge das gerissen hat, ey. Ich bin schon, also. Ne? Mein Anfall ist auch auf dem Plan. Ich hab ja hier richtig, ne? Ich denke nicht. Du bist kein Teamplayer-Meister. Oh doch, bin ich. Aber den Erfolg feierst du alleine. Ne, so sieht's aus. So wie Gandalf. Gandalf, der Meister-Looter. So wie Gandalf. Der zieht auch die ganzen EP für den scheiß Ballrock alleine ab. Ja, ähm. Ja, ähm. Ich. Boa, kommt doch mal mit runter, man sieht ja gar nichts. Oh, wir sind Schwein. Ja, aber nicht. Ja, aber nicht. Das ist dann zu mir. Er war schon tot. Und du. Das ist ein Ziviler. Genau. Wir müssen mit dem Dreieck anquatschen. Äh, ja. Dann werden wir einfach für die gerechte Sache. Ach, Alter, wie das ruckelt. Ja, aber hallo. Ich finde das gut, dass das ein AAA-Titel ist. Ja, ne? Ich kann nichts dafür. Die Waffe muss erst aufladen. Und das ruckelt wie Sau. Und das ruckelt wie Sau. Und das kommt mal hoch. Was na los? Ich bin rumgepeist für Aura-Flo-Protten. Mal ran hier. Ich will auch mal wieder Zirpengrille. 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 So sieht das ähnlich aus. Oh, oh, oh. Was ist denn da? Ein Panzer nennt sich so etwas. Oh, die feinste Sache. Oh, die kriegen alle nacheinander. Die feinste des Todes. Immer weiter und immer weiter. Wir müssen nach oben, wir müssen nach oben. Hallo, hallo, hallo. Wir müssen nach oben. Oh, shit. Tötet Satan. Ja, genau. Tötet Satan. Mach den Level zu Ende. Das ist nicht dein Ernst. Alter. You had this one job. Ach, jetzt bin ich auch noch fast foul. Ah, jetzt bin ich auch noch. Oh, oh, oh. Oh. Wie ist das hier in deinem Zeiter? Was ist das hier? Das ist hier. wir bedanken uns an dieser stelle für den hübscher den level designer was wieso ist der predator tot sterbe cool ich bin mcgruber senpai please save me wenn ihr jetzt nicht zurück geht und mich rettet du bist tot ach nein wirklich und schade sie es ist leike bolche wistig drehen jetzt geht's Das ist Will Smith, der hat immer ihr Wunstheintologen vertrachtet. Mach das doch einmal richtig, guck mal, ich bin Braveheart, wie sagst du grad die Flange bei dir? Das war die Braveheart-Fähigkeit. AKF 47 for every, my friend. Ich hab mich geopfert. Matrix Neo. Mit deiner Fähigkeit kannst du Kugeln zurückwerfen. Was war das denn jetzt? Ich fände die Hämorrhoiden aus dem Leib prügeln. Aus dem Gesicht. Geil. Ich bin der Universal Soldier. Ey, der müsste doch jetzt schon hier irgendwo sein, ne? Kommst du runter? Ich seh nicht. Jetzt bin ich fast tot. Warte mal. Hä? Ist er tot? Wo ist er? Ja. 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 Sehr geil. Das ist ein neuer Typ. Hä? Neu war cool. Klack. Ballern. Oh, ich hab ihn da gemeint. Ach so. Ok. oh hier was ist los mit dir jetzt hat hier oben so angefügt das reichhörn hier was ist das ganz furchtlich was machst du da ich sehe nichts jetzt hat man zwei sekunden still vibriert ein pet oder ist eine karte am schnur das ist das pet was gegen meinen ring schlägt ja 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 Das ist fast wie Rambo 3, nur dass er zurückgelassen wird. Ja, bei 1 zeigt er doch wieder im Dschungel oder im Wald leben können. Das war jetzt so ähnlich wie bei, ne? Das ist wie ein Speed 2, nur mit nem Bus anstatt nem Boot. Guck mal, was ist denn das Thema? Ja, hab ich schon nichts noch beantwortet. Was denn? Oh ja, geil! Ich bin... Tristan hat gefragt, ob ich am... am Samstag des Wesen messen könnte theoretisch. Oh! 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 Oh Gott! Ich raste auf hier. Wann hatten wir das letzte Mal eigentlich so viele, oh Gott, beziehungsweise oh shit Momente? Äh... Metal Slug. Ja stimmt. Boa Can! Hör mal auf ey, du bist doch den... wir müssen irgendwie noch rüberkommen. Ich will da nur irgendwie rüberkommen mein Gott. Alter... Ja, überlegt ihr das mal bis morgen zu sagen? Ich bin auf jeden Fall morgen auch... ja, spätestens in dieselbe Zeit zu spielen. Ähm... springt auf mich drauf als hat was war ein was wollte jetzt dass du mitbringst die fahne die fahne stimmt stimmt die fahne schnell schon wieder fakt neu ich habe ein triff her bekommen was man nicht sieht ich bin tot ich kriege eine probleme ja also wie hast du das jetzt gemacht das spiel also performance ist bei dem spiel echt böse auf jeden fall und mich raus das im einzelnen auto am wuppen ja ja also das spiel hat genau solche performance probleme wenn man es alleine spielt ich stelle mir gerade vor wenn wir zu viert in dieser konstellation overcooked spielen würden ich habe eine einzel schuss waffe und so eine performance bin schon wieder tot ich habe ich die peile genau auch noch da wurde Und der kleine Locker ist da! Oh, der Boss! Oh, ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Da. Da. Das ist ja auch... Äh, was? Ich sehe nicht mehr! Ey, was ist das denn? Das sieht es einfach an so in die Pfad. Aber er war doch tot! Das ist ein Schild. Ja, das klingt nur noch, aber ich weiß nicht, wie geht es? Cool, you died! Scheiße! Boah, ist das krass! Sieht man überhaupt noch irgendwen? Also sieht irgendwer irgendwen? Ich sehe nur, wie ich gerade abgehe und hier alles böse. Ich sehe gar nichts. Also ich sehe nur meine Schüsse. So aussieht von so'n Goku, Alter, wenn der auskommt. Ich weiß nicht, dass wir das haben, ey. Ich sag mal eben, hier Level 9 starten, ne? Ja. Ja. Das hat ja nicht sehr viel Sinn. Dabei waren wir so gut. Wahrscheinlich haben wir den viel zu schnell getötet. Nicht am auch. Die Leute, die immer sofort da sind. Warum bin ich jetzt immer noch James Bond? Ich komme. Oh, das ist ein Workshall. Oh, das ist ein demoser. Okay, das ist ein Doppel. Oh, das ist ein Skrieg hat. wo ist er? hier, hier ist er was ich bin wegen afk rausgeflogen ich spiele ich bin wieder da und ist meine lebensenergie leiste wieder was auf mein bild aber ich habe ja die ganze zeit geballert ich war ja ein roboter drin ich hab ihn ja schon genau so zweimal weggeballert was soll das ich glaube die musste von den klippen schießen ja der wohl ja ja kaschen Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das war doch nicht so groß.